Mein Name ist Mark. Ich habe 2012 meinen besten Freund Martin im Alter von 41 Jahren durch eine Sepsis verloren. Mein Name ist Iger. Meine Frau, Anna, die von Sepsis verloren hat, wurde aus der Sepsis verloren. Sie hat 58 Jahre alt. Mein Name ist Maria. In 2012 habe ich mein Mann, Leolario, von Sepsis verloren. Mein Name ist Patrick. Ich habe sieben, als 9 Jahre alt. Ich habe meine Mann, Leolario, von Sepsis verloren. Und als Result, ich habe alle Fingern auf meine leften Hand, die 2nd und 3rd digits auf meine righte Hand und meine righte Legen, oder die Knie. Aber ich habe es geschafft. Stop Sepsis. Save Lives. похож in硬ige Druze � catch. stew kann Leo senden, dass'veまず throwaway hat. Ich habe meine 빼zene Hand aus. Und wenn mich heraus súperpeil dann, oder der Fingern oder der Fingern oder der Knie-Besser, zur Knie-Besserung. Und iniqusigh, dass du Sometigelich sieht, Vielen Dank.